Ich bin europäischer Bürger. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von European Citizens Radio. Mein Name ist Hauke Ritz. Ich sitze hier mit Axel Schmidt-Gödelitz auf dem Gut Gödelitz. Das ist sozusagen ein ausgebauter Bauernhof, wo Axel Schmidt-Gödelitz einen Schafstall zum Konferenzsaal ausgebaut hat und wo gelegentlich politische Diskussionen und Konferenzen und ähnliche Veranstaltungen stattfinden. Und im Zuge einer solchen Veranstaltung habe ich ihn mir zur Seite genommen und möchte ihn heute befragen. Denn er ist ein Zeitzeuge der Entspannungspolitik der 70er Jahre, der berühmten deutschen Ostpolitik, die nur 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg von deutscher Seite eingeleitet wurde. Axel, du bist ein Zeitzeug dieser Politik gewesen. Wie hast du Egon Bahr eigentlich kennengelernt? Naja, das war natürlich die Zeit, als wir in Deutschland, nachdem die SPD und die FDP 1969 eine Koalition eingegangen waren und damals Willy Brandt die DDR als zweiten deutschen Staat anerkannten. Allerdings wegen unserer Verfassung ganz klar unter dem Dach der gemeinsamen Nation. Und wir in beiden deutschen Staaten dann ständige Vertretungen einrichteten, bewusst nicht Botschaften, sondern ständige Vertretungen. Und ich war Mitglied dieser ständigen Vertretungen in Ost-Berlin damals. Für unsere jüngeren Zuschauer, warum war das so ein großer Schritt, den anderen deutschen Staat anzuerkennen? Wie war überhaupt die Atmosphäre der damaligen Zeit, die 50er, 60er Jahre, die frühe Phase der Blockkonfrontation? Na, das war der Kalte Krieg, von dem man nie wusste, ob der morgen zu einem heißen Krieg wird. Also so ähnlich wie heute? Es hat gewisse Ähnlichkeiten, das ist wahr. Und damals, das war kurz nach dieser Kuba-Krise, wo wir ja kurz vor dem Weltkrieg standen. Ja, also für unsere jüngeren Zuhörer, während der Kuba-Krise hatten beide Supermächte, die Sowjetunion und die USA, ihre Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Es reichte ein Befehl oder auch ein Missverständnis und die Raketen wären losgeflogen. Die Kuba-Krise war 1962 und 1968 ist ja auch nochmal ein entscheidendes Datum, Stichwort Prag. Also ich gehe nochmal auf 1962 zurück, weil das für heute wichtig ist. Denn damals hat die Sowjetunion in Kuba Raketen eingerichtet, die Washington innerhalb kürzester Zeit erreichen konnten. Und das war der Punkt. Umgekehrt hatten die Amerikaner auch Raketen? Das ist schon richtig. Die hatten auch Raketen, vor allem in der Türkei. Aber das wusste man so nicht. Es war einfach klar damals, dass damals das Militär und der Präsident Kennedy, das Militär sagte, wir werden Kuba einfach jetzt militärisch einnehmen und werden diese Raketen auf diese Art und Weise abbauen. Oder aber, das Zweite war, dass Kennedy sagte, lass uns mal dann doch miteinander verhandeln. Vielleicht kommen wir zu einem Kompromiss. Und dieser Kompromiss war dann, die Sowjetunion hat die Raketen abgebaut und ohne, dass es die Öffentlichkeit richtig erfuhr, haben sie gleichzeitig gesagt, und wir werden danach klammheimlich unsere Raketen in der Türkei abbauen. Das war der Kompromiss. Und dieser Kompromiss hat letztlich dazu geführt, dass wir nicht schon damals einen Atomkrieg, einen Weltkrieg gehabt hätten unter der Vernichtung von allen. Das ist interessant, weil wir heute einen ähnlichen Konflikt haben. So, und ich habe damals als junger Mann in dieser ständigen Vertretung in Ostberlin gearbeitet. Und wir haben eben versucht, ja, diese Kälte in diesem kalten Krieg zwischen Ost und West ein wenig abzubauen. Also, indem wir mit den Ostdeutschen erstmal überhaupt redeten. Das heißt, vorher wurde gar nicht geredet. Vorher wurde 1961 eine Mauer gebaut. An dieser Mauer wurden Flüchtlinge erschossen. Und jeder Flüchtling, der dort erschossen wurde, hat den Hass wieder weitergetrieben. Gleichzeitig hatten wir in der Bundesrepublik Deutschland eine große, große Masse von Flüchtlingen. Denn nach 1945 sind ungefähr 12 Millionen Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben worden. Und die saßen in der Bundesrepublik und hatten natürlich den Wunsch, so schnell wie möglich da wieder zurückzukommen. Und Egon Bahr hatte in dieser Zeit bis zu 1969 in dieser großen Koalition, saß er bei Willy Brandt, der Außenminister war, im Außenministerium und hat nachgedacht, wie wir eigentlich die künftigen Beziehungen so gestalten können, dass nicht wieder wir irgendwann am Rande eines Atomkrieges stehen. Denn dieser Atomkrieg hätte ja dann auch in Deutschland sein Zentrum gehabt. Mit Sicherheit. Deutschland wäre ausgelöscht worden. Ein Zentrum seines Nachdenkens war, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht mehr in diesen Hasskategorien, gut, böse, richtig, falsch, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wir miteinander in Frieden leben können. Und der erste Punkt war für ihn, wir müssen lernen, dass wir den sogenannten Perspektivwechsel machen. Das heißt, Perspektivwechsel bedeutet, ich versetze mich mal in den anderen hinein und schaue mir von dieser Seite an das Problem an. Ja, und er sagte, das ist wichtig sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch im zwischenstaatlichen Bereich. Perspektivwechsel, sagte er, wer das nicht zur Kenntnis nimmt und anwendet, ist nicht friedensfähig. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Zweiter Punkt, wir müssen sehen, dass wir die Interessen des anderen kennen und bis zu einem bestimmten Punkt auch respektieren. Nicht nur unsere eigenen Interessen sind wichtig, auch die Interessen des anderen sind wichtig. Ja. Dritter Punkt ist, Kriege fallen nicht vom Himmel. Kriege haben eine Vorgeschichte. Das heißt, wir müssen immer auch sehen, was ist denn die Vorgeschichte des anderen. Die Sowjetunion hatte natürlich auch eine Vorgeschichte. Also abgesehen davon, dass sie ein ganz anderes System war, sind natürlich die Namen von Adolf Hitler und Napoleon tief im kollektiven Gedächtnis der Russen eingegraben. Die haben ein sehr starkes historisches Gedächtnis auch. Und das bedeutet, dass natürlich alles, was sozusagen ihnen zu nah an die Grenzen kommt, für sie Angst ausbreitet. Das heißt, diese Eingrenzungspolitik ist etwas, was den Russen Angst macht. Und das ist genau auch heute wieder die Situation. Richtig. Ich sage das, was sozusagen bei Egon Bahr wichtige Erkenntnisse waren, lassen sich dann alle letztlich auf die heutige Situation und vor allem auf die Vorgeschichte dieses jetzigen Krieges zwischen Russland und der Ukraine, lassen sich total anwenden. Also es gibt dann noch ein, das heißt also, die emotionale Lage des anderen muss sich auch mit einbeziehen. Und dann gab es natürlich etwas noch, Egon Bahr war ja wirklich einer der, wie ich finde, der größten Friedenspolitiker und nicht nur der Theoretiker, sondern auch der Praktiker. Und dass er das, was er theoretisch erkannt hat, auch praktisch durchsetzen konnte, war natürlich nur möglich, weil er die politischen Backup von Willy Brandt hatte. Also man muss, Willy Brandt und Egon Bahr immer in einem, sind zwei Seiten einer Medaille. Und wie haben die beiden zusammengefunden? Wie wurden die, sie zu diesem Tandem, das dann die deutsche Außenpolitik verändert hat? Egon Bahr war Journalist und Willy Brandt war regierender Bürgermeister in Berlin und er suchte einen Sprecher und hat Egon Bahr gefragt, ob er das mitmacht. Und dann ist er der Sprecher in Berlin, im geteilten Berlin gewesen. Egon Bahr war nach 1945 ein kalter Krieger. Er hat sich nur im Laufe der Zeit verändert und daher kannten die sich. Und als dann Willy Brandt Bundeskanzler wurde und er sozusagen Egon Bahr dann mit seinem Team, was er sich erarbeitet hatte, dann die Möglichkeit hatte, das Erdachte auch durchzusetzen, in der Politik durchzusetzen, hat ihn Willy Brandt sozusagen gedeckt. Und denn, ein Punkt war, die Ostgrenze anzuerkennen. Und diese Ostgrenze, die der Krieg geschaffen hat, anzuerkennen, bedeutete, dass Millionen Flüchtlinge, die in der Bundesrepublik waren, Egon Bahr nur noch hassten. Ja, ja. Er war ein Verräter. Und da musstest du schon einen Bundeskanzler haben, der sagte, ich decke diesen Mann. Und es ist auch meine Überzeugung, wir werden diese Grenzen anerkennen, sonst werden wir immer kalten Krieg haben. Und Egon Bahr war Minister für besondere Aufgaben, wenn ich mich recht erinnere. Ja, weiß den Titel nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war er der engste Vertraute von dem Bundeskanzler. Und er hat ihn auch losgeschickt. Es ging natürlich dann darum, dass die Amerikaner in einer gewissen Weise einverstanden sein mussten. Die Amerikaner haben sozusagen die Entspannungspolitik auf der höchsten Ebene gemacht. Und Egon Bahr tauchte im Weißen Haus auf und hat dort Kissinger getroffen und hat ihm gesagt, wir machen auf der unteren Ebene unsere Ostpolitik. Und Kissinger sagte, das ist aber nicht notwendigerweise das, was wir wollen. Worauf Egon Bahr ihm sagte, Henry, ich bin nicht gekommen, um dein Einverständnis zu holen. Ich bin gekommen, um dich zu informieren, dass wir das machen. Eine völlig neue Sprache den Amerikanern gegenüber. Man darf nicht vergessen, das war 25 Jahre nach dem Krieg. Richtig, richtig. Und wir waren gehorsamste Deutsche den Amerikanern gegenüber. Das war eine völlig neue Sprache. Und eines muss man sagen, Kissinger hatte diese intellektuelle Weite, um zu sagen, hey, eigentlich gefällt mir der Kerl. Und sie sind enge Freunde geworden. So, und dann konnte er das machen. Und als zweites ist er dann nach Moskau gegangen und hat in Moskau das Projekt vorgestellt. Und das Ganze lief sozusagen Wandel durch Annäherung, Vertrauen schaffen. Den, der anderen Seite sagen, wir werden auch eure Vorgeschichte, eure Interessen, eure Emotionen in unserer Politik mit einbeziehen. Das heißt Vertrauen schaffen. Ja? Und er hat ein halbes Jahr in Moskau verhandelt. Er hat dort gelebt ein halbes Jahr? War immer da, war immer da. Natürlich ab und zu wieder zurück in die Bundesrepublik geflogen, um das abzustimmen alles. Und er erzählte mir irgendwann mal, dass er von Kosygin, dem damaligen Ministerpräsidenten, empfangen wurde. Und zwar in dem Büro von Stalin. Dieses Büro hatte eine unglaubliche Länge. Und alle Diktaturen neigen dazu, wenn sie dann jemanden empfangen, den erstmal eine Viertelstunde laufen zu lassen. Der wird immer kleiner, bis er zu dem Stuhl kommt, beziehungsweise zu dem Tisch kommt, hinter dem der Kosygin saß. Und dann sagte er, guten Tag, Kosygin kam und sagte, guten Tag. Und dann setzte er sich und dann sagte er zu Egon Bahr, ich höre. So. Und Egon Bahr sagte mir damals, weißt du, man muss immer allen das Gleiche erzählen. Freund und Feind, wo immer du erschau. Wenn du etwas haben willst, immer das Gleiche. Die Geheimdienste sind auch zwischen Verfeindeten so, dass wenn du dem einen das eine sagst und dem anderen etwas anderes sagst, bist du sofort unglaubwürdig. Das heißt, möglichst Wort für Wort das Gleiche. So. Und dann kam Kosygin um den Tisch herum, hat sich verabschiedet und Egon Bahr wollte gerade gehen. Dann sagte Kosygin, der Ministerpräsident der Sowjetunion, kann ich was für Sie tun? Und Egon drehte sich rum und hatte sofort was im Kopf und sagte, ja, viele Russlanddeutsche, die nach Deutschland wollen, kriegen kein Visum und hängen hier fest. Kosygin, wie viel? Egon, 163. Er hatte keine Ahnung, er hatte einfach eine Zahl genannt. Und dann sagte Kosygin, Sie hören von mir. Dann ging er in die Botschaft und erzählte es dem Botschafter. Und der Botschafter sagte, ach, das ist wieder so eine Lügengeschichte. Ja, da wird gar nichts draus. Eine Woche später sind 163 mit Visum versorgt in die Bundesrepublik gekommen. Und jetzt kommt das, was Egon Bahr ausmacht. Er war so angefeindet in der Bundesrepublik, dass er natürlich diesen kleinen Erfolg hätte gerne in die Öffentlichkeit getragen. Ja, das hätte ihm so ein paar Punkte gegeben. Hat er nicht gemacht. Warum? Weil er sagte, ich desavouiere meinen Gesprächspartner damit. Das heißt, der Gesprächspartner sagt, ich bin der Ministerpräsident eines Landes mit einem Rechtssystem. Aber was er hier machte, aus der Lameng heraus entschied er. Ist das ein Rechtsstaat? Also ich desavouiere ihn, indem ich einfach sage, ich habe das auf diese Art und Weise erreicht. Das ist Egon Bahr. Ja? So, und jetzt kommen wir mal in die heutige Zeit. Wir haben diese Pariser Konferenz von 1990. Ein großes Aufatmen zwischen Ost und West. Gorbatschow hat in Russland das Ganze doch sehr verändert. Selbst mit dem Westen haben sie sich gut verstanden. Sie wollten jetzt ein europäisches Haus bauen. Und in diesem europäischen Haus sollte auch Russland seinen Raum haben. Und es war so eine große Euphorie. Es ist alles, was an Spannungen und Gefahren zwischen Ost und West ist, jetzt vorbei. Und in gewisser Weise war ja auch Gorbatschow nur möglich, weil es vorher diese Entspannungspolitik gab. Natürlich. Natürlich. Das ist alles vorbereitet gewesen. Also ich erinnere mich sehr wohl daran, dass damals diese Euphorie war. Und es gab einen CDU-Abgeordneten, der mit seiner Delegation, als er war Staatssekretär im Verteidigungsministerium, ging mit seiner Delegation nach Washington 1988, kam zurück, war auch völlig euphorisch und sagte, also sowohl im Weißen Haus als auch im Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika ist nur Euphorie. Wir schaffen das alles. Wir werden eine völlig neue Welt haben. Aber kaum war die Pariser Konferenz vorbei, kaum brach die Sowjetunion zusammen und kaum war der Warschauer Pakt zu Ende, war in Washington eine völlig neue Atmosphäre entstanden. Das heißt, diese ganzen Berater und diese ganzen Institutionen und ein Teil der Politiker sagt, die sind jetzt am Boden. Und dort werden sie bleiben. Wir werden es nicht mehr zulassen, dass die wieder nach oben kommen. Also das, was eigentlich sozusagen ein Friedensschluss war oder zumindest so dargestellt wurde und von russischer Seite auch wirklich so verstanden wurde, wurde plötzlich uminterpretiert in einen Sieg. So ist es. Jelzin kam ans Ruder in Russland. Ein Mann, der ständig besoffen war, muss man einfach sagen, auch korrupt. Ja, also für die jüngeren Zuhörer, die diese Zeit nicht miterlebt haben, die Sowjetunion brach zusammen und löste sich in ihre Teilrepubliken auf und damit verlor Gorbatschow als Präsident der Sowjetunion seine Position und der Präsident der Teilrepublik Russland wurde damit quasi zum Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Also Jelzin war umgeben von amerikanischen Beratern, die das gesamte System der Sowjetunion umstülpen wollten und halfen, es umzustülpen. Und zwar in private, also aus den Staatsbetrieben wurden private betrieben und die haben sich diese Oligarchen letztlich angeeignet. Dieser Prozess des Aneignens kann ich jetzt nicht im Detail erklären, so viel Zeit haben wir nicht. Auf jeden Fall war es so und gleichzeitig brach in Russland das gesamte Sozialsystem zusammen. Ja, ja, Menschen wurden wirklich über Nacht auf die Straße versetzt und mussten ihre Möbel verkaufen, um Essen zu haben. Also ich sehe noch die alte Frau auf der Straße, an der Straßenrand sitzen mit einem Häufelchen Kartoffeln vor sich, um diese Kartoffeln zu verkaufen, um zu überleben. Und gleichzeitig war natürlich diese stolze Nation am Boden, die war in einer Weise gedemütigt worden. Und das war natürlich nicht beabsichtigt, als Gorbatschow seine Entspannungspolitik einleitete. Sicher nicht beabsichtigt, aber so kam es eben. Und als dann Putin an die Macht kam, also die Macht wurde sozusagen von Jelzin Putin übergeben. Das war dann zehn Jahre später, in das Jahre 2000 herum. Richtig. Auch deswegen, es war natürlich auch, diese Demütigung hat natürlich auch dazu geführt, dass sehr rechte, radikale Kräfte auch in Russland immer mehr an Gewicht erlangten. Was wiederum diese neuen Staaten verängstigte, muss man einfach auch so sehen. Jedenfalls, Putin kam an die Macht. Und das ist nun meine private Überzeugung. Putin war ein junger Präsident, der das alles heilen wollte und dem Land wieder einen gewissen Stolz zurückgeben wollte. Dem Land auch wieder wirtschaftliche Kräfte zurückgeben wollte. Man muss wirklich diese Rede, die er 2001 im Bundestag gehalten hat, die muss man mal nochmal hören. Er hat diese Rede ja auf Deutsch gehalten. Er hat in deutscher Sprache gehalten, ja. Und es war eine Rede, wo er die Hand weit ausstreckte, die man nur ergreifen musste. Der Bundestag stand nach der Rede auf, stehende Ovationen. Und was passierte? Danach nichts. Es gab natürlich schon von Schröder dann schon eine Annäherung. Man hat diese Ostsee-Pipeline geplant. Aber von amerikanischer Seite? Das ist der Punkt. Nicht wir Deutschen haben irgendwas Wichtiges tun können, sondern die Amerikaner. Haben ein Jahr später bereits Raketen auf... Also den... Der hat... Der hat ein Jahr später diesen ABM-Vertrag von 1972 gekündigt. Innerhalb kürzer Zeit wurden Raketen aufgestellt in Polen und in Rumänien. Das heißt, das, was man 1962 gelernt hatte, dass man auch die andere Seite immer berücksichtigen muss, auch die Ängste der anderen Seite, das wurde einfach vom Tisch gewischt. Und das war etwas, was allem, was Egon Bahr jemals an Friedenspolitik sich ausgedacht hatte und auch praktiziert hatte, entgegensprach. Man stellt einfach keine Raketen auf an den Grenzen des anderen, sodass der Putin nicht mal vom Klo runterkommt, bevor diese Raketen angekommen sind. Ja, also es ist wirklich... Es ist unglaublich. Und gleichzeitig wurden aber ein Land nach dem anderen in die NATO aufgenommen. Genau. Und aus russischer Perspektive sah dieser Nährrücken der NATO so ähnlich aus wie das Nährrücken Napoleons oder das Nährrücken des Dritten Reiches. Richtig. Es hat die großen Ängste wieder ausgelöst. Ängste und Aggressionen liegen sehr oft nah beisammen. Das heißt, das, was die Sowjetunion um sich herum an Staaten auch unterdrückt hat, was sicher aus geschichtlichen Erkenntnissen heraus und aus Angst heraus geschah, war gleichzeitig auch Aggression. Das alles kann ein drittklassiger Politiker einfach nicht begreifen. Da muss man schon mal Egon Bahr richtig verstanden haben. Ja. So, und danach fühlten sich immer mehr Russen auch umzingelt von der NATO. Ob die NATO nun hundertmal erklärt hat, dass wir sowieso eine friedensfähige Organisation sind, das ist das eine. Aber man hätte damals auch erklären müssen, warum habt ihr nach 1990 nicht eine europäische Friedenskonferenz gemacht mit einer europäischen Friedensordnung? Hätte man ja machen können, ja? Also Egon Bahr hatte ja diese Idee, dass Sicherheit ein gemeinsames Gut ist. Aber ja. Aber ja. Aber ja. Und das Gegenkonzept dazu ist sozusagen Sicherheit zu bauen, indem man möglichst viele Raketen hat, möglichst viele Panzer, aber dann ist die eigene Sicherheit immer die Unsicherheit des anderen und der rüstet dann auch auf und das führt dann wieder zu meiner Unsicherheit. Das ist also ein Nullsummspiel. Das ist so, dass das römische Frieden bedeutet, dass man sich auf den Krieg vorbereitet. Ja? Ja? Egon Bahrs Theorie ist eine ganz andere. Wandel durch Annäherung. Vertrauen schaffen. Ja? Auch immer, wie gesagt, die andere Seite auch sehen. Von dort aus das Ganze zu sehen. Also es kam dann immer weiter, auch dann kam dann die Frage, wie weit geht das eigentlich noch mit der NATO? Und natürlich erschien die Ukraine relativ schnell auf dem Bild. Und eines hätte eigentlich jedem klar sein müssen, der auch mal die andere Seite sieht. Die Ukraine in der NATO bedeutet, dass die Schwarzmeerflotte eingesperrt ist da unten. Ja? Das bedeutet, dass sozusagen die Grenze der NATO nur noch 450 Kilometer von Moskau ist? Ja, richtig. Dort werden genau wie in Polen, damals haben sie diese Raketen aufgestellt und haben natürlich nicht gesagt, das geht gegen die Russen, sondern sie haben auch öffentlich gesagt, das geht um uns vor iranischen Raketen zu beschützen. Also sowas Lächerliches. Die ganze, die ganze Europa hat darüber gelacht. Ja? Das zeigt ja, wie wenig Respekt man vor Russland hatte, ne? Überhaupt, überhaupt nicht. Und das sah man ja auch, als dann Obama an die Macht kam und das ist eine Mittelmacht, um die man sich im Grunde nicht so kümmern muss. Ja? Ja, so. Es schien immer schon von Weitem immer die Ukraine, dort Raketen aufzustellen. Und das ist dann noch schneller in Moskau. Und dann die Frage von der Schwarzmeerflotte da unten. Und den vielen russischsprachigen oder auch ethnisch russischen Menschen, die in der Ukraine leben. Weil in der Sowjetunion sind ja die Leute hin und her gezogen, so wie heute zwischen Niedersachsen und Bayern. Und infolge der 70 Jahre der Sowjetunion leben jetzt viele Millionen Russen in der Ukraine und umgekehrt. Dass die Ukraine ein unglaublich wichtiger Punkt ist, den man mit Russland aushandeln musste, war völlig klar. Aber Obama, wie gesagt, diese Mittelmacht brauchen wir nicht zu berücksichtigen. Und dann kam 2018, nein 2008 war das, die Konferenz, die NATO-Konferenz in Bukarest. Da kam noch George W. Bush kurz vor Ende seiner Präsidentschaft, flog ein, hat eine Rede in Kiew gehalten, wo er ganz deutlich sagte, wir werden die Ukraine in die NATO aufnehmen. Er flog weiter nach Bukarest. Da gab es einen großen Streit, weil dann nämlich sowohl Frankreich als auch Deutschland sagten, Moment mal, da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Es gab einen riesen Krach. Dennoch im Schlusskommuniqué war drin, dass die Ukraine langfristig in die NATO aufgenommen werden wird. Und in diesem Moment, sage ich, wäre ich der Präsident von Russland gewesen, hätte ich mir diese Halbinsel Krim auch geholt, bevor dieses Land NATO-Land ist. Damit ich die Interessen meines Landes schütze. Also ich konnte Russland und Putin bis dahin folgen und war durchaus auf ihrer Seite. Als er allerdings einmarschierte, ist mein Verständnis vorbei gewesen. Wer heute einen solchen Krieg macht und tausende von jungen Leuten, Russen und Ukrainer, aufeinander hetzt und sie gegenseitig sich totschießen lässt, das geht nicht. Also da hätte ich dem Putin gerne einen Brief geschrieben und hätte gesagt, du kannst von einem ganz anderen Menschen was lernen. Nämlich, frag doch mal einen Friedrich Merz, wie man ein anderes Land erobert. Ja? Da steckt man seinen langen Rüssel rein und saugt es aus. Aber das, was er gemacht hat, komme ich nicht mehr mit. Ich bin, Kriege dieser Art akzeptiere ich nicht. Das Tausende von jungen Leuten, stellen Sie sich vor, also wenn ich mir vorstelle, meine beiden Söhne werden da in diesen Krieg reingepackt und die werden totgeschossen. Da hört es bei mir absolut auf. Es muss einen anderen Weg gegeben hätten, es hätte einen anderen Weg geben müssen, aber das geht nicht. Natürlich ist dieser Krieg Ausdruck eines enormen politischen Versagens, ich glaube auf beiden Seiten. Das ist sowohl ein russischer als auch ein amerikanischer Krieg. Also wäre die Ursachen da, bin ich weiterhin auf, ja. Aber ja, ich denke, dass das, wir haben natürlich nicht alle Informationen, aber was Ulrike und ich auch in unserem Buch Endspiel Europa beschrieben haben, gab es ja doch eine unglaubliche Aufrüstung der Ukraine nach 2014 und eine dichte Anzahl an Manövern, die vielleicht dazu geführt haben, dass Russland dachte sozusagen, wenn sie nichts tun, dann sind sie auch besiegt. Dass sie dann ein Anti-Russland für die nächsten Jahrzehnte an ihrer Grenze hatten, möglicherweise nuklear bewaffnet und quasi so schachmatt gesetzt sind. Aber natürlich ist dieser Krieg ein Dilemma und in jeder Minute, in jeder Stunde sterben dort sehr viele Menschen und das sind junge Menschen. Es ist ein Krieg, der teilweise an den Ersten Weltkrieg erinnert, wo man in Schützengräben steht, im Schlamm, die Füße feulen und im Artilleriefeuer, Trommelfeuer. Aber dass sowas im 21. Jahrhundert noch mitten in Europa möglich ist, geht einfach gar nicht. Geht gar nicht, ja. Und ich habe von meinem, ich weiß noch, von meinem Sohn, der war damals acht Jahre und ich habe ihm, er sagte, muss man mal im Krieg gewesen sein, um gegen den Krieg zu sein? Und ich sagte, Fabian, das ist eine gute Frage, dein Großonkel, der ist im Krieg auch gefallen, er war einer der Erste, der gefallen ist. Und das sagte mein Sohn, und warum ist er nicht wieder aufgestanden? Das heißt, seither habe ich das Wort gefallen aus meinem Sprachschatz getilgt. Das heißt getötet. Ja, das heißt getötet, ja. Und das sind, um nochmal auf Egon Bahr zurückzukommen, Egon Bahr war ja auch selbst im Krieg, zwar nicht lange Zeit, aber er war auch als Soldat eingezogen worden. Und Willy Brandt war im Widerstand gegen die Nazis, musste aus dem Land fliehen, ist mit verdeckten Identitäten ins Dritte Reich manchmal wieder zurückgekehrt. Willy Brandt ist eigentlich sein Deckname, hat in Schweden, von Schweden aus versucht sozusagen zu helfen, soweit es ging. Schweden und Norwegen, ja. Und diese beiden Menschen, die sozusagen ihr Leben gewagt haben, ja, die im Krieg oder im Widerstand der Todesgefahr auch ausgesetzt waren, diese Menschen waren später zu einer friedensfähigen Politik fähig. Sie konnten im Verantwortungsbewusstsein für ihre Nation, für die Gesellschaft, in der sie leben, handeln. Und heute haben wir solche Menschen nicht. Diese Generation, die den Krieg erlebt und überlebt hat, fehlt. Heute haben wir sozusagen erwachsene Kinder, wenn ich es mal so sagen darf, die ständig nur glänzen wollen, die aber nicht im Geist der Verantwortung denken und handeln. Und ja, eigentlich mit dem Leben von tausende Millionen Menschen spielen, weil sie die in ernster Lage nicht erkennen, ja. Also es ist auch wirklich, muss man immer bedenken, die Menschheit hat es geschafft, Waffen zu entwickeln, die den ganzen Erdball zerstören werden. Aber die Menschheit hat es nicht geschafft, dies zur Kenntnis zu nehmen und ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein mitzubringen. Das fehlt. Und wenn ich nochmal an Egon Bahr erinnern darf, diese Punkte, die ich vorhin genannt habe, Perspektivwechsel, die Vorgeschichte des anderen mit einzusehen, seine emotionale Lage einzusehen und das alles zu berücksichtigen, erst dann ist man friedensfähig, das wurde von den Amerikanern in keiner Weise bis zu diesem Kriegsausbruch in der Ukraine angewendet. Im Gegenteil. Und auch von unserer Bundesregierung nicht. Die haben sogar jeglichen Gesprächsfaden nach Moskau abgebrochen, während Egon Bahr immer seine Kanäle nach Moskau hatte. Und er hat ja auch gesagt, das hast du mir mal erzählt, dass er gesagt hätte, wenn er nach Moskau gereist ist, dann wusste er ganz genau, die werden ihn nicht zum Kommunisten machen und er wird sie nicht zu Demokraten machen. Ganz wichtiger Punkt, dass er immer wieder gesagt hat, wir werden den anderen durch äußere Einmischung nicht verändern, wir werden im Gegenteil sie verhärten. Und er ist weder Kommunist geworden, weil er sich mit denen gut verstanden hat, noch hat er sich in irgendeiner Weise eingemischt, sondern er hat versucht, die Interessen der beiden einigermaßen in Einklang zu bringen. Und die heutige Politik ist genau das Gegenteil. Wir machen eine Politik der Menschenrechte. Wir glauben, dass wir überall die Menschenrechte durchsetzen müssten. Und was wir erreicht haben, das braucht man ja heute nur, wenn man mal sich umschaut, was wir damit erreicht haben, ist ein neuer kalter Krieg mit der permanenten Gefahr, dass das auch überschlägt in einen Atomkrieg. Zumal die Vorwarnzeiten so extrem kurz geworden sind und eine einzige Atombombe reicht aus, um eine Stadt wie Berlin, jedes Haus dort zum Einsturz zu bringen. Ich glaube, die Leute machen sich gar nicht klar, wie groß die Zerstörung in einem großen Krieg tatsächlich wäre. Wir brauchen dringend wieder Politiker wie Egon Bahr und Willy Brandt. Und diese Leute haben ja auch damals in einer sehr angespannten Situation gehandelt. Denn ein Jahr bevor Egon Bahr seine Entspannungspolitik begann, gab es ja den Prager Frühling, wo die Sowjetunion mit Panzern einmarschiert ist. Und damals waren natürlich alle Medien antisowjetisch, antisowjetisch. Und trotzdem haben diese beiden, Willy Brandt und Egon Bahr, ihre Entspannungspolitik eingeleitet und gesagt, gerade jetzt. Und so bräuchten wir auch jetzt Politiker, die sagen, gerade jetzt auf dem Höhepunkt der Spannung, der Feindseligkeiten, versuchen wir, den anderen zu verstehen, seine Interessen einzubeziehen, sein Anderssein zu akzeptieren und zu gucken, welche gemeinsamen Schnittmengen gibt es denn in den Interessen. Leider haben wir solche Politiker nicht. Aber damit wir sie bekommen, bräuchten wir zumindest erstmal eine Art Friedensbewegung, die entsteht. Das heißt, wir brauchen Menschen, die demonstrieren, Demonstrationen organisieren, die auch Briefe schreiben an Abgeordnete, die auch Briefe schreiben an Journalisten, die ihre Stimme erheben, die irgendetwas tun. Dann können wir vielleicht einen Stimmungsumschwung in diesem Land erzeugen. Denn die Politiker, die uns in diese Situation hineingebracht haben, die von der Leins oder unsere Außenministerin Baerbock oder Herr Scholz, die ja öffentlich erklären, sie möchten Russland ruinieren oder Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen oder die sogar wie Frau Baerbock aus Versehen den Krieg erklären, diese Politiker werden uns aus dieser Situation definitiv nicht herausführen. Ja, es war ein wunderbares Gespräch. Möchtest du noch zum Abschluss etwas sagen, Axel? Hast du noch ein Schlusswort? Naja, die Frage ist, sitzen wir da und beklagen es oder was können wir tun? Also ich habe von meinem alten Chef Günter Gauss gelernt, merken und machen. Das heißt, wenn wir etwas erkennen, muss der zweite Schritt sein, was tun wir? Und dass wir mittlerweile in einer Lage sind, dass Europa im Schleppnetz der Amerikaner in den nächsten Konflikt mit China hineingezogen wird und wir schauen Sehnenauges zu und tun nichts. Das ist etwas, was mich tief beunruhigt, auch weil ich Kinder habe und die nächste Generation das auszulöffeln hat, was wir nicht tun. Also wir müssen uns dringend etwas überlegen, wie wir Europa in einen Zustand bekommen, dass wir uns von Amerika emanzipieren können. Ja, denn die amerikanischen Interessen haben uns letztlich in diesen Konflikt hineingeführt und wenn Egon Bahr und Willy Brandt 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland wirklich sehr abhängig war, diese politische Initiative ergreifen konnten, dann müssten uns unsere Politiker heute umso leichter tun können. Warum sie es nicht tun, bleibt ein großes Rätsel, aber ich hoffe, dass die Bevölkerung langsam aufsteht und Druck ausüben kann und wir einen dringend nötigen Wandel bald sehen werden. Ich bedanke mich vorerst bei meinen Zuhörern, dass sie unserem Podcast European Citizens Radio zugehört haben. Nächste Woche wird es wieder einen spannenden Podcast geben, diesmal mit Ulrike Gouraud und alle 14 Tage können sie uns hören und ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Ich bin europäischer. Europa, ich bin europäischer. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017